Hermann Friedrich Kohlbrücke Leben in Christus Meine Geliebten, wenn wir andächtig gelesen und gläubig gehört haben, was der Apostel an die Kolosser schreibt und was der Heilige Geist zu der Gemeinde sagt, dann vernehmen wir, dass wir gesetzt sind, so wie wir leiben und leben, hoch über Grab und Tod, als auch hoch über alle Gewalt des Todes und des Teufels. Das ist nun so hergegangen. Wir Menschen kommen vor Gott eigentlich an und für uns selbst gar nicht in Betracht, sind verwerfliche und verdammungswürdige Geschöpfe, Staub und Asche. Gott hat sich einen Mann erkoren. Aus der Gesamtheit der Menschheit kommt er. Und zugleich kommt er aus dem Schoße des Vaters. Diesem einen Mann gibt er zum Eigentum das ganze auserwählte menschliche Geschlecht. Darüber setzt Gott ihn, diesen einzigen Mann. Sein Name ist Jesus Christus. Zum Haupt und zum Fürsten und zum Bruder. Dieser eine Mann nimmt also als Bruder diese alle in sich auf, welche Gott der Vater ihm gegeben hat. Nun geht er und tut das, was alle die Brüder zusammen nicht tun können, wozu sie nicht imstande sind. Er nimmt es auf mit dem schrecklichen Zorne Gottes wieder die Sünde. Er nimmt es auf mit dem Teufel und dem Tode. Und zugleicher Zeit mit allem Elend und Jammer, der über die Brüder kommt, dass er also für die Brüder Gottes Gesetz erfüllt, dass er von ganzem Gemüt Gott, seinem Herrn, liebt und es auch aus allen Kräften tut und dass er von Herzen und Brüder dich liebt, seine Brüder, welche Gott ihm gegeben hat, dass er für sie in den Tod geht. Als nun dieser Mann ans Kreuz geheftet wurde, sah er auf den Vater, sah sich selbst nicht anders an, denn als Bürger derer, welche der Vater ihm gegeben, dass sie in seinem Leibe mit ihm hinaufgezogen würden an das Kreuz. Und als er starb, indem er rief, Es ist vollbracht, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist, hatte er wieder die Ehre seines Vaters im Herzen und alle Brüder, welche den Tod mal schmecken mussten. Da hatte er alle an sich und in sich, sodass er sie alle umfasste in dem Herzen, womit ein Bruder den anderen umfasst, was nur ein Bruder verstehen kann. Und als er aus dem Grabe hervorging, auferweckt von den Toten, da ging er wiederum nicht für sich selbst aus dem Grabe, er hätte wohl im Himmel bleiben können und brauchte für sich nicht zu sterben und aus dem Grabe hervorzugehen, sondern da hatte er wieder alle seine lieben Brüder in sich. Und als er in den Himmel fuhr, da hatte er in seinem Leibe, in seinem Fleische, die Brüder alle bei sich, obschon sie noch hier auf Erden wohnen. So versteht ihr es denn, meine Lieben, warum der Apostel Christum euer Leben nennt. Seht mal Kapitel 3 Vers 4, wenn aber Christus euer Leben sich offenbaren wird, dann nennt der Apostel also deshalb Christum euer Leben. Damit ist nun gemeint, dass ihr in und mit Christo hochgesetzt seid, über Sünde, Grab und Tod, über alle Trübsal, über Verfolgung und Angst, über alle Schmerzen, Krankheit und Traurigkeit. Es hat der Gläubige freilich Leben in sich, denn er ist wiedergeboren. So ist er denn lebendig. Aber trennet doch um alles dieses Lebendigsein nicht von Christo ab. Wenn es heißt, euer Leben, dann denkt an nichts als an Christus, dass er euer Leben ist. Ich bitte euch, meine Lieben, denkt Christo. Und dann frage ich euch, trotz manchen Genusses, welchen dieses Leben bietet, trotz mancher schönen Blume, die wir pflücken dürfen, Ich frage euch, was ist denn euer Leben? Ist es nicht ein Tod? Wir haben ja ernstlich unser Leben lang zu schaffen mit unseren alten Menschen. Der Katechismus sagt, dass wir unser Leben lang mit der Sünde zu streiten, zu kämpfen haben. Ist das nun nicht ein Tod, wenn der Mensch das Gegenteil kennt, nämlich Gerechtigkeit und Heiligkeit? Da hat man also sein Leben lang immer mit diesem großen Tode, welchen man in den Gliedern hat, zu streiten. Wo ist denn da ein Leben? Dann hat jeder Tag seine Plage. Wie geht es nun einem Kinder Gottes in dieser Luft? Gib mir Leben, schreit es, auf das ich dich lobe. Währenddessen fühlt man seinen sehr großen Tod, dass man Gott nicht loben kann, dass man ihm nicht singen kann, nicht beten kann mit Bewusstsein, dass man nicht glauben kann, sich nicht freuen kann des Lebens, sondern ach, man geht so daher, als unter einem Druck, und fragt sich selbst, indem man hinaufblickt, zu den Sternen, lebe ich, oder bin ich tot? Da fühlt man sich manchmal so leblos, wie ein Klotz, wie ein Stein. Nun kommt die Leidenschaft. Der Apostel spricht von Gliedern, welche auf Erden sind. Da versteht er darunter nicht leibliche Glieder, wie wir am Leibe Glieder haben, zum Beispiel Zunge, Ohren, Lippen, Augen, Hände, Füße. Das sind alles neutrale Dinge, sondern er macht aus einem jeden von uns, einen solchen Menschen, welcher nichts anderes an sich hat und denkt, als Hurerei, Unreinigkeit, schändliche Brunst, böse Lust, Geiz, und nach Vers 8, Zorn, Grimm, Bosheit, Lästerung, schandbare Worte, und dass man untereinander lügt, meine Lieben. Der Apostel sagt ja nicht, dass diese Dinge fort sind, es hangen vielmehr einem jeglichen von uns alle diese Laster an, als ob es unsere Augen, Ohren, Zunge, Hände, und Füße wären. Der Apostel schreibt nicht, all diese Glieder habt ihr schon abgelegt, sondern er schreibt, leget es alles von euch ab, oder wie es eigentlich lautet, habt dies von euch abgelegt. Er schreibt nicht, ihr seid als Wiedergeborene und Bekehrte über das alles hinweg, sondern legt es ab, habt es abgelegt, tötet es. Was sind das doch für Glieder? Das sind Glieder, in denen der Krebs steckt, Glieder, worin der Tod steckt, und derjenige, welcher Gott fürchtet, fühlt es wohl, dass er solchen Tod in sich hat und dass er mit solchem Tode zu kämpfen hat. Nun schneit es oft von allen Seiten ins Haus hinein, durchs Dach und auf das Bett in der Nacht allerlei Unglück, eine Hiobs Botschaft auf die andere. Das ist ja auch wie ein Tod. Das kann man nicht so von sich abschütteln, sondern das bleibt an der armen Seele haften. Es nimmt mir Gott das eine oder andere von den Meinigen, mein teures Gemahl, ein Kind. Das war mein Leben, mein Genuss, meine Freude. Das ist nun fort. Da kann ich oft dahergehen durch die Stadt, als ginge ich mitten unter Toten, denn was für Freude und Leben war, das ist dahin. Meine Lieben, was haben wir nun dem entgegenzusetzen, gegen diesen großen Tod, gegen den schrecklichen Tod, den wir hier leiden, unter allerlei Gestalt? Wir haben dem entgegenzusetzen, etwas Einziges, etwas Wahres, etwas Liebes, etwas, was da hält, was aufrecht hält, uns mitten unter Seufzen und Tränen uns wohl mal erscheinen, wie ein Strahl der lieblichen Sonne in der Nacht. Was wir entgegenzusetzen haben, das ist Leben, das wir aber nicht in unserer Hand haben, Leben, das wir nicht in unserer Vernunft haben, Leben, welches wir nicht in der Tasche haben, Leben, welches von außen in uns kommt, wie die freie Luft, die in uns ist, indem wir die Luft einatmen. Halte du Mund und Nase zu, dann wirst du erfahren, wie nahe du dem Ersticken bist. So siehst du, dass, was du lebst, lebst du so, dass du die Luft, die außer dir ist, einatmest. Nun, was die Luft ist, für das tierische Leben, das ist Christus, für das leibliche und geistliche, für das ewige Leben, so dass man es aushält, Tag für Tag am Hoffen bleibt und dass man wieder und wieder getragen, gehoben, getröstet und guten Mutes gemacht wird. Dieses Leben, Christus, wird nun aber hier nicht gesehen, Der Herr Jesus Christus hat gesagt zu seinen Jüngern, siehe, ich bin bei euch alle Tage, bis an der Weltende. Sein Name heißt Immanuel, das ist Gott mit uns. Wie euch nun die Luft nahe ist und alles von der Luft lebt, so ist euch Christus nahe mit seinem Leben und mit seiner Gestalt, mit seiner Wirkung, womit er in den Seinem wirkt. Dass ihr atmet, seht, sprecht, wandelt, mit den Händen arbeitet, das kommt alles von dem Leben, welches ihr einatmet. Das werdet ihr doch begreifen. Christus nun ist in seinen, als ihr Leben nahe, nochmals, so nahe wie die Luft. nun die Luft, welche ihr einatmet, seht ihr nicht. Was euch am Leben hält, seht ihr nicht, aber es wirkt in euch und so lebt und wirkt ihr durch diese Wirkung. Nun, Christus, welcher euch nahe ist, ist euch nahe mit vielen, vielen Heilsgütern und die hat er alle dort oben. Daselbst ist er zur Rechten Gottes. Er sitzt da selbst und vertritt die Seinen. Nun spendet er aus diesem Heiligtum Tag für Tag Gerechtigkeit, Frieden, Freude, Trost, Hoffnung, was wir nur bedürfen und das, was der Apostel schreibt von dem neuen Menschen, wenn er spricht, Vers 12, zieht an, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Samtmut, Geduld. Seht, meine Geliebten, das sind nicht Dinge, welche wir hervorbringen. Was aus unserem Herzen hervorgeht und worüber wir zerschlagen werden. Ach, das ist Zorn, Grimm, Bosheit, Lästerung und was nicht alles. Das sind die Dinge, die Glieder, welche auf Erden sind. Aber was dort oben ist, das ist herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld. Nochmals, das schaffen wir nicht, das sind nicht Röcke, welche wir selbst gemacht haben. Das ist alles Leben, Wirkung des Lebens. Und nun, sagt der Apostel, ihr seid mit Christo auferstanden. So suchet denn die Dinge, die droben sind. Suchet, sagt er, Ei, dann habt ihr sie also noch nicht gefunden. Und wenn ihr sie auch heute gefunden habt, dann sind sie euch morgen wieder abhandengekommen und habt sie aus den Augen verloren. Also ist es ein Suchen, ein Trachten danach. Nun, wo muss ich denn hin, wenn Zorn, Grimm, Bosheit, Geiz mich plagen? Nehmt es im Glauben und dankbar an, dass wir dagegen ein Leben haben und dass dieses Leben Christus ist. Ihr seht zwar nichts davon, aber seht ihr dann auch gleichzeitig die Speise und die Wirkung der Speise? Seht ihr, wenn ihr eine Medizin einnehmt, dann sofort die Wirkung der Medizin? Oder wenn ihr eine Arbeit in die Hand nehmt, seht ihr dann sofort die Arbeit fertig vor euch liegen? Oder geht es vielmehr allmählich? Meine Lieben, wir bleiben hier, das Herrn Christi Schüler. Wenn Gott, der Vater, uns vollkommen nennt, so nennt er uns vollkommen in Christo. Aber was uns angeht, bleibt es bei dem Unvollkommenen. So lange wir hier leiben und leben, so dass wir wohl die Antwort bereithalten werden auf die Frage, kannst du dies alles vollkommen halten? Ach nein, denn ich bin von Natur geneigt, Gott und meinen Nächsten zu hassen. Was nun aber nicht gesehen wird, das wirkt darum doch. Meine Lieben, seht ihr seine Majestät, unser König und Kaiser, wohnt nun in Berlin. Da hat er seinen Minister, fertigt dort seine Befehle aus, setzt seinen Namen darunter. Und was wirkt das nun? Er sollte mal aufhören zu regieren, da würdet ihr sehen, wie rasch Elberfeld über den Haufen fallen würde. Wie nun der Kaiser und König, den wir doch nicht hier sehen, unser Leben, unser Wohlstand, unsere Wohlfahrt ist. So haben wir für das Geistliche und so dann auch für das leibliche Leben, Christus. Er ist also unser Leben, er wirkt, aber er wird nicht gesehen und seine Güter sind auch unsichtbare. Du siehst es an mir nicht, was Christus in mir wirkt, wenigstens, wenn du zu viel auf dich selbst siehst. Und ich sehe es an dir nicht, es sei denn, dass wir zusammen durchs Wasser oder durchs Feuer müssen, wo ich es dann wohl an dir erkenne, ob du ein Schaf bist, das zu Blöcken versteht. Das geistliche Leben ist also verborgen. Aber wie wirkt nun dieses Leben? Der Apostel spricht, tötet. So tötet nun eure Glieder, die auf Erden sind. Das tut Christus also durch seinen Heiligen Geist, dass er dich lehrt, dass all diese Glieder an seinem Kreuze getötet sind, dass er durch seinem Heiligen Geist es dir beibringt, im Glauben zu sagen, sie sind getötet. Sodass er dir durch seinen Heiligen Geist beibringt, tot zu sein, was tot ist und wovon kein Leben mehr kommen kann, sondern was nur tot bringt. Also sagt dieses Wort eigentlich, lasset diese Glieder tot sein, lasset sie absterben, wie die Blätter am Baum im Spätjahre. Ja, ist denn aber in diesem Kampfe der Mensch nicht wirksam? Gewiss, aber was er wirksam ist, das ist er durch Christus. Christus wirkt durch seinen Heiligen Geist in ihm. Und wenn wir denn nun von tot sein lassen, von absterben lassen, sprechen wollen und verstehen, was das eigentlich ist, so nehmt davon mit diesem kurzen Bericht. Erstens ist da Erkenntnis Gottes und seines Willens, welcher Wille ausgesprochen ist in den Zehn Geboten. Zweitens, wo nun diese Glieder doch tun, als lebten sie, dass man da wohl zu Herzen nehme, den gewaltigen Ernst und zorn Gottes wieder die Sünde, wie er jede Sünde zu seiner Zeit und Stunde heimsucht. Also nochmals, erstens, die Erkenntnis des heiligen Willen Gottes. Zweitens, eine heilsame Furcht vor seinem Zorn, vor seinem Ernst, seiner Strafe. Drittens, dass man nicht verzweifle an Gottes Erbarmen. Viertens, dass man es dabei nicht bleiben lasse. Christus, der ist mein Leben. Amen.